So, ich bin da, ähm, ich ruf nochmal Twitter, auf bei mir. Ähm, und dann geht das Stream los. Aber der Titel stimmt noch nicht. Moment. Ähm, ne, das wird nichts. Staffel 2. Ja, wer streamen wie der Void. Muss ich mal hier in Twitch-Launcher gucken. Ja, sollte starten. Ah, ne, jetzt dauert das wieder ewig. Muss wieder updaten. Ey, das ist ja nicht mehr normal, ey. Ohne Witz, das riecht mich so auf. So'n Müll immer. Ne, doch, jetzt geht's. Zum Glück. Zum Ausrasten hier. So, jetzt. Okay, gleich seht ihr was. Ja, sorry. No. Ich wollte eigentlich schon viel airstreamen, beziehungsweise wollte vorher noch mehr schaffen, aber ich hab's nicht hingekriegt wieder. Jetzt muss ich morgen meine Charts machen. Schreib ich mir jetzt auf. Ich hab's heute nicht geschafft. Ich weiß nicht, was manchmal los ist. Ah, ey, die Charts dauern auch immer eine Stunde oder so. Ja. Na gut, nicht ganz. Vielleicht. Kommt da mal drauf an. Ah ja, und Retro-Charts stehen wieder an. Ah, ich wisse überhaupt nicht, wann ich das alles schaffen soll wieder. Müsste ich morgen auch schon? Na gut, morgen schaff ich das nicht. Vielleicht morgen Abend. Ah, in letzter Zeit. Ich hab echt so wenig Zeit, ne. Den Rest der Zeit verschwende ich dann immer, indem ich irgendwie eine halbe Stunde auf Twitter rumscrolle oder... Ne, nicht mal auf Twitter, auf irgendwelchen anderen Seiten. Auf Insta oder so. Das wär das Schlimme immer. Ich guck jetzt währenddessen mal wegen Clash Royale, ob da jemand geschrieben hat in dem Clan-Chat. Ähm... Und dann vergess schon mal mein Handy zu laden. Irgendwie läuft nichts mehr. Ich weiß nicht, ich krieg nichts mehr auf die Reihe. Das kotzt mich alles an. Ah, ey. So, jetzt latsch' erst mal das hier. Ähm, haben die was? Morgen Abend. Startet irgendein Clan-Krieg. Ah, ey. Okay. So. Ich speichere mir das mal ein in den Kalender. Weil ich das sonst jedes Mal vergess. Ähm, hier. Das? Ja, das kann ich einfach editieren. Kr Sammeltag. Das gleiche nochmal am Samstag mit dem Kriegstag. Ja. Ja. Passt. Obwohl die Uhrzeit noch passt noch nicht. So. Ähm. Na, da geh' ich nochmal auf WhatsApp grad. Ähm. Da wurde mir noch was geschrieben. Ach, keine Ahnung. Alter, ich stream schon fünf Minuten, ne? Ja, aber ich hab halt auch nicht die Zeit, ne? Hier vorm Stream das schon zu machen. Das ist wie letztes Mal bei Void. Das ist halt immer so scheiße, wenn das so ewig dauert zum Starten. Ne? Ja. Ich krieg' ich irgendwie in letzter Zeit nichts mehr organisiert. Wenn ich besser organisiert wäre, ich könnte das dreifache am Tag schaffen. Ich weiß nicht. Ich krieg' zur Zeit nichts geschissen. Das kotzt mich so an. Diese Unproduktivität. Ich hasse sowas so sehr. Und dann nur in der Prüfungsphase, wo ich's eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Ob du auch eh genug lernen musst und so weiter. Äh. Ich weiß nicht. Das ist alles ein Scheiß, ey. Ach, das stört mich so aggressiv aktuell. Ach, ich weiß nicht. Ja, ich hoffe, dass morgen alles klappt, was ich mir vorgenommen hab. Das ist auf jeden Fall auch wieder einiges. Musst du mal schauen hier nebenbei. Was hab ich denn hier geöffnet? Ach so. Ähm. Jetzt muss ich halt Schatz noch machen, ey. Das nimmt wieder übel viel Zeit. Ich will dann eigentlich noch was machen für so ein Laborexperiment in der an der Uni. Äh. Und da ist noch einiges was zu tun ist. Ähm. Genau, dann wollte ich noch schneiden. Äh. So. Ja, ich hoffe, das stimmt jetzt. Ergänze ich später noch. So, zum Glück muss ich nicht mehr drauf warten, dass der Server an ist. Das war ja damals immer schlimm. Äh. So, geschnitten hab ich zumindest auch schon mal alles. Zumindest alles bisherige. Da muss ich auch schauen, dass ich äh, morgen das Zeug schneide. Und halt auch die Aufnahmen, die ich jetzt neulich noch gemacht hab. Ah ja, stimmt. Wo ist denn mein Stick? Und zwar, ich brauch mal mein Stick. Ich muss die Aufnahmen kopieren. Sonst wird das nix. So. Folgendes. Ich hab hier so Aufnahmedateien. Da hab ich ja auch noch tausend Videos, äh, Rohaufnahmen, die ich löschen muss. Ach. Das ist alles ein Scheiß. Ähm. So, muss ich jetzt mal überlegen. Und das hier war's. Okay, jetzt werden die kopiert. Und komm. Da rein. Ja, das dauert nämlich ewig. Das können wir jetzt nebenbei machen. Ja, da steht drei Minuten. Hä? Das kann doch gar nicht sein. Hä? Letztes Mal hab ich das, äh, hab ich das angefangen zu kopieren. Und da stand da irgendwie zehn Minuten. Ach Quatsch, nicht zehn, sondern eine Stunde oder so. Oder dreiviertel Stunde. Ja, das wird sich noch ändern, denk ich. Jetzt bleibt er jetzt, äh, stockt er ganz schön. Auf einmal. Das ist auch immer merkwürdig. Keine Ahnung. So. Ähm. Warte mal, hat ich das Machine Casing in der Hand, weil ich damit noch jetzt direkt weitermachen wollte? Ich glaub ja, ne? So. Mach mal erstmal die Sounds runter. Machine Case. Was heißt Red nochmal? Wegen Redstone. Was hatte ich denn nur gesucht? Ich guck mal, wofür man das braucht. Ich weiß halt echt nicht mehr. Ich muss nochmal hier gucken. Für irgendwas brauchte ich das. Vielleicht... Ah ja, für Pinguinen, gell? Da wollte ich ja diesen Froster machen. Und dafür brauchte ich das. Dann hatte ich das nämlich schon fertig. Und jetzt Plastik, ne? Ja, aber wie will ich das bitte kriegen? Also, mehr ehrlich. Dry Rubber. Das ist halt das Problem, ne? Dieses Dry Rubber, dann. Tiny Dry Rubber. Und das kriegt man in Latex Processing Unit. Ah, und die wollte ich machen. Warte mal. Ah, die kann ich. Ah, ne, kann ich nicht. Mir fehlen die Öfen. Dann fehlt mir, glaube ich, das. Und das. Genau. Und jetzt müsste ich die machen können. So. Genau. Jetzt können wir die outputten. Hä? Oploi. Okay, jetzt probiere ich erst mal hier, ähm... Vielleicht... zu schauen, wie das geht. Ich stelle die mal hier drüben hin. Hier haben wir eh noch Platz. Den ich, äh... nie nutze. Ach du Scheiße. Was ist das denn alles? Wann wird denn das komplett anders angezeigt, wenn ich hier L drücke, ne? Ne, hier. Und dann zum Beispiel hier, ne? Dann steht einfach nur das und das. Machine Output. Ja, moin. When provided with power, water and latex. Hä? Wie soll ich denn das hinkriegen? Fluid. Also, Wasser, okay, ne? Ach, wie soll ich das bitte hinkriegen? Und Energy, alter. Ey, das geht doch gar nicht. Warte mal, gibt's hier den Survival Generator? Oh, nein. Ähm... Petrified. Oh. Lol, da brauche ich auch Plastik, alter. Sind die dumm? Hä? Ah, hier brauche ich keinen Dings. Pitiful. Fuel Generator. Ist das... Latex Fuel? Oh. Na, vielleicht, ne? Na, ich probier das mal. Ist ja nicht teuer. Dann erst mal den Ofen. Die Iron Gears. Und das ganze Ding. Hä? Ah, ja, jetzt fehlt das wieder. So. Ach du Scheiße. Ey, wieso ist denn das so billig? Und dann ist das so kompliziert, alter. Das muss doch nicht sein, also mal ehrlich. Wind Generator. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ey, warum brauche ich immer tausend Maschinen, um ein Item zu machen, was mir zum Beispiel Strom bringt? Hä? Ey, das macht da alles schon wieder vorne und hinten keinen Sinn. Simple Turbinen Generator. Ja, simple, als ob... Warte mal, simple Generators. Was gibt's denn da alles? Simple... Ich würde da irgendwas Einfaches, ja? Da, wo ich einfach irgendwas hinstelle und fertig. Dass es immer so dämlich sein muss, ey. Ich verstehe es nicht. Ähm... So. Jetzt crafte ich mir wieder alles mögliche, ja? Na gut, den einen könnte ich wirklich brauchen. Oh, lol. Ich wusste gar nicht, dass das ein Dings ist. Achievement. So. Was macht der jetzt? Oh, kann ich hier Holz reinlegen oder Kohle? Oh, geil. Ich liebe es, wenn ich mit Kohle Strom machen kann. Das ist so geil. Fuel Buffer. Okay, und ah, der nimmt das Fuel. Ah, auf Ehre. Das ist geil. Sowas ist geil. Solche Blöcke feiere ich. Wo ich einfach nur Kohle oder so reinlege und fertig. So, jetzt gucke ich mal. Müsste auch Holz gehen, sicher? Weil Holz habe ich ja echt unendlich. Ne? Probieren wir es mal. Ja. Nicht schlecht. Also, das finde ich schon mal gut. So, jetzt weiß ich nicht, was hiermit ist. Ähm. Tja. Vielleicht kann ich ja noch so ein Ding craften, ne? Ich gucke erst mal, ob das sich hier auflädt. Irgendwo. Also, erst mal nicht. Wahrscheinlich, weil der hier die ganze Energie raussaugt. Hm. Ich weiß ja nicht, wo ich den hinsetzen muss. Ich setze ihn mal da hin. Einfach. Energy. Chargepad. Fuel Input. Hm. Was ist denn das? Alter, ich will ja nichts verändern. Nicht, dass ich was kaputt mache. So, was muss ich jetzt hier reinsetzen? Damit ich hier Dings kriege? Irgendwie habe ich keine Ahnung, ey. Cobblestone. Hä? Warum habe ich hier und da nochmal? Äh, warte mal. Achso, das habe ich immer, dieses Ding. Ah, okay. Ja, gut. Hm. Ich weiß ja nicht, was das überhaupt. Culinary. Das ist Combustion. Was ist denn da der Unterschied? Ender Generator. Nether. Soil. Geothermal. Fluid. Ich glaube, den brauche ich. Wegen den Fluiden. Ne? Ähm, okay. No. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube ich habe keinen Iron mehr. Alter, nicht mal viel Eisen. Iron. Nehmen wir mal das Ember. So, mal hier. Ja, keine Ahnung. Ah, hier haben wir ja auch noch Eisen. Oh, shit. Ja, jetzt gab es wieder ein Wiederverbinden von OBS. Ah, stimmt. Ich habe ja hier extra auch so ein Ding. Das ist schon mal gut. Eigentlich kann ich das hier auch nehmen. So. Ach, ich dachte ich habe den verloren. Das wäre es ja jetzt schon wieder. So, nächste Fugel rein. Na los. Was? Jetzt habe ich einen Sprinkler. Ich habe doch den nicht abgebaut. Ach doch. Ah, wegen diesem Ding. Geht das? Ne. Egal. Ich lasse es einfach so. Was ist das hier überhaupt? Hä? Seit wann habe ich die verzauberte Angel? Okay. Äh. Irgendwie komme ich nicht mehr mit. Was ist das hier überhaupt? Ah, Spikes. Sieht aus wie Tannenbäume. Irgendwie. so eingeschneit. Ähm. Fisch. So, dieses Teil. Was brauchen wir noch? Ach, ganz viel. Ähm. Genau. Noch eins und so ein Gear. Dann einmal. Plastik. Oh nein. Ich brauche überall diese Scheiße. Ey wirklich, das geht doch gar nicht. Ehrlich gesagt. Ganz ehrlich. Also. Das kannst du dir doch nicht antun. Mit diesem Scheiß. Was muss ich denn hier rein tun? Wie kriege ich das überhaupt? Ey, ich habe keine Ahnung. Ähm. Mit Holz. Mit Eichenholz. Mit Eichenholz. Ähm. Mit Eichenholz. Mit Eichenholz. Ich probier's mal. Das wär ja schon geil, wenn das geht. Natürlich nicht. Ja. Wo muss ich das überhaupt reinpacken? Tree Fluid Extractor. Wow. Wo kriege ich denn den wieder her? Ja. Dann mache ich dann wieder so. Ja wow. Das ist wirklich ein Krampf. Einfach nur. Diese ganze. Dieser ganze Müll. Was brauche ich denn jetzt noch? Einen Ofen. Na. Hätte man sich auch mal denken können. So. Okay. Dann sollte er dann direkt Fluid. Ah, hier. Hä? Hä? Wann kann ich denn hier nichts reinlegen? Ey. Wirklich. Moment. Geht's jetzt? Nee. Pff. Ist doch nicht wahr. Lass uns mal ehrlich. Hm. Ich wisse es nicht. Tja. Dann beende ich wohl den Stream. Ja. Aber hab ich noch ein bisschen hier mit rumprobiert, ne? Ja. Der Rest ist halt schwierig. Ich weiß noch nicht wie es mit den Seeds aussieht. Aber das sehen wir später. Jetzt erst mal tschau. Und wir sehen uns gleich in Lubeco. Genau. Dann. Genau.